oder ich bin es ja doch ich bin es ein fisch oh mein gott oh mein gott oh mein gott willkommen zum weiteren video leute auf meinem kanal und ja leute im september ist ziemlich viel passiert doch jetzt geht es noch mehr ab ihr seht hier oben ich habe 9812 abonnenten und steigt täglich bei mit 50 abos oder so und ich möchte einfach mal danke sagen denn ich habe jetzt innerhalb von vier monaten fucking 10k abos gemacht und das ist verdammt viel ich musste mit viel zeitdruck kämpfen mit viel bemühungen mit vielen bemühungen so rum sorry und ich habe jetzt geschafft bis jetzt jeden zweiten tag 14 noch was hochzuladen ohne ausnahme und ja es hat manchmal ein bisschen geist und konzentration gekostet auch mal schulnoten bis sie uns hat aber gelohnt so und zwar war es nämlich sehr sehr geil und eine lange zeit aber ich habe noch viel vor mir leute und ihr wisst mein ziel ist ja 100k zu erreichen in meinem leben dieses jahr naja aber leute ist auch noch ziel und ziele müssen nicht immer erreicht werden und der typ tötet mich aber ich muss auch sagen ich bin ziemlich schlecht auf ufo und wer da oben hat ist halt klein vorteil und die leute die im blockbanken das ausnutzen sind auch klein vorteil leute übrigens bin ich patrick ja geh ne leute übrigens habe ich jetzt am september im september 2017 500 abonnenten gehabt und gerade mal irgendwie so 10k aufrufe auf meinem kanal also ja leute ist auf jeden fall heftigst was ich für krassen support und zahlen habe naja einfach mal dankeschön dafür leute und einfach mal danke an alle wirklich an jeden einzelnen supporter also an jeden einzelnen zuschauer sag ich mal genau so sollte es sein bei einem kanal ich gebe mir viel mühe die leute kriegen das zurück und zwar in form von videos auf jeden fall ich bin es ein fisch oder ich bin es ja doch ich bin es ein fisch oh mein gott oh mein gott oh mein gott nein gut leute das war auf jeden fall mal ein meister double block mlg so jetzt müssen wir es hier schnell einbauen aber irgendwie dass der mich jetzt nicht direkt stummt und schön runter boxen auf jeden fall ist mein kanal richtig heftig gewachsen und das alles habe ich auch noch euch wirklich nur euch zu verdanken ich habe bis jetzt versucht nur mein ding durchzuziehen habe versucht kreativ zu sein habe mir wirklich tagelang den kopf zerbrochen wie geht's weiter und so und es hat sich echt gelohnt noch ein riesiges dankeschön an zerteilt und an pet scavener auch wenn das manchmal ein bisschen stressig mit ihm war man kennt stein eu bester teams wie des lebens übrigens naja es hat gab mal ups und downs zwischen uns aber leute so ist es halt zwischenmenschliche beziehungen sind halt nicht immer die perfekten und so ist es eben auch hier in diesem fall naja anderes thema anderes video würde ich einfach mal sagen wer es noch nicht wusste stein eu unser teamspeak umfasst ein paar youtuber die täglich mit einem auch mal über ein paar stunden reden können natürlich nicht am stück das wäre mir auch zu lästig aber ich zum beispiel versuche auch dort in der nähe und in kontakt mit zuschauern zu bleiben so ist nur noch einer hier übrig und das hier ist ein spawn warum wir mal vorsichtshalber einfach mal ein ist jetzt eigentlich nur provisorisch und wo ist er denn er baut sich grad zu mir also könnte ich eigentlich die gelegenheit benutzen wie schnell zum eisen bauen und dann backpotten machen leute das ist asozial aber wisst ihr was das juckt mich den scheiß jetzt habt das gehört so leute denn naja ich wurde jetzt immer ein bisschen doof getötet und deswegen ist mir das tatsächlich egal ob ich da jetzt so gewinnen oder nicht aber auf jeden fall wirklich ein riesiges danke ich kann sich oft sagen leute wenn wir jetzt nicht die 10k schon erreicht haben dann habe ich die spätestens mit dem kieselstein kieselstein du nimmst auf so leute auf jeden fall wer es nicht wusste wenn ich meine 10.000 abonnenten noch nicht nach diesem video was ihr seht erreicht haben sollte also zu dem zeitpunkt wo ihr es hier seht noch nicht erreicht haben sollte schaltet ein 50 abos formaten 10k abos werde ich auf jeden fall stream egal welche uhrzeit und wird scheiß geil leute also bleibt auf jeden fall dran und um nichts zu versäumen lockern ihr wisst bescheid und die dadmod vorletztes video abchecken am besten vorletztes tatsächlich also mit diesem video nach egal auf jeden fall vor drei videos wenn ihr das jetzt hier online habt man die dadmod schon eine coole mod auf jeden fall auch für das halt einfach noch fahren ist jetzt kein keine nützliche effiziente mod die euer minecraft leben vereinfachen wird aber ich sag's mal so sie sie bockt schon so auch für aufnahmen an die youtuber unter euch schon mal ganz cool oder einfach diese standard geben also sozusagen feuerstein nur mit kiesel und dieser nur ich hab kein kopf aber hier bin ich er ist runter gesprungen auch mann alle fabio mann ich dachte wir machen das nicht mehr gefallen euch übrigens diese blöcke das sind für meinen 15 kp auf jeden fall leute ist das jetzt vielleicht mal die letzte runde übrigens leute am 12 februar habe ich geburtstag werde ich 16 schöne grüße auf jeden fall an mich selber und ich selbst verliebt genau also da kriege ich auf jeden fall meinen schönen neuen pc und dann wird die qualität auch besser leute es tut mir echt leid dass ich wirklich euch so hier mit dieser qualität bestrafen muss alter weil das ist manchmal echt nicht lecker was ich hier sehe auch so bei meinen eigenen videos denke ich mir manchmal die quali die kann man verbessern aber naja leute ist auch noch vorübergehend ich habe halt schon immer einen schlechten pc gehabt das wissen viele von euch und fliegt danke fliegt nochmal danke so und das überlegt er nicht oder so auch nicht Leute ich kann auch butterfly ihr hört es ihr seht aber ich jitter ja und ich kann doch nicht butterfly Leute ich weiß echt nicht was heute los ist aber ich bin heute erstens brain up cut zweitens kann ich nicht battle spielen weil ich einfach alles verliere und drittens bin ich dumm aber das bin ich auch schon sowieso immer bleibe ich lieber beim altbekannten jittern leute na das ist mein immer noch safe klick methode die ich schon seit drei vier jahren aktiv benutze und grüße gehen raus und spukgestalt der oder das kennt mich ich kenne ihn auch ha asozialer cobweb spieler hä ich war doch im cobweb Leute checkt ihr checkt ihr die logik von rewi checkt ihr diese verdammte logik ne der ist ja nicht im cobweb der muss rauf nix da ich war im cobweb boah ey ich war im cobweb man so mein freund du fliegst nicht weg aber ich flieg auch nicht weg und das ist hier ein unendliches battle ach sooo ne leute ich hab alle vier runden verloren alle ne er hat mich eingebaut ooooh leute ey das ist so abfuck alter spielt doch nicht so das ist das ist doch trolling also ernsthaft leute so du kleiner gg leute ich hoffe euch hat das video gefallen ich hoffe dass dieser spabel gebannt wird bitte oh mein gott leute ich hab schon so viele tries gehabt ist mir scheißegal danke für den support hab euch lieb sorry wenn ich ausfallen würde oder 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 das ist